Bestimmt habt ihr in eurer Firma bereits einheitliche Kleidung für Events, Messen oder einfach zur Identifikation. Mit Schuhen, die individuell für euch produziert werden, rundet ihr euer Erscheinungsbild ab. Die Schuhe werden in Portugal von Hand gefertigt und das schon ab 20 Paar. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, wie soll das mit dem Design laufen, keine Sorge. Unser Team unterstützt sich beim Design und macht auch gern verschiedene Vorschläge. Du hast die Wahl zwischen mehreren Unisex-Modellen und wir übernehmen sogar das Fulfillment für euch. Egal wohin jedes einzelne Paar gehen soll, wir regeln das. Also, ich freue mich mit dir über Sneaker für euer Unternehmen zu sprechen.